Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 und beim 1889 FM Fan Podcast. Heute mit einer Ausgabe nur mit mir alleine. Leider müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und zwar habe ich versucht, noch an einen Gast zu kommen, aber es war auch beim Jahren sehr stressig, deswegen habe ich da nicht die einfache Variante nehmen können und den Hannes mir einen besorgen lassen und dann habe ich es selber nicht mehr geschafft, noch irgendwie was auf die Reihe zu bekommen. Ich habe eine Liste an Leuten, die ich gerne in meinem Podcast habe, aber das braucht mehr Vorlaufzeit und spontan ist da immer schwierig. Da ich aber ein schlechtes Gewissen habe, euch so lange ohne Podcast zu lassen, jetzt vor allem vor der englischen Woche, danach wird es natürlich eine reguläre Ausgabe geben. Eine kleine Monolog-Podcast-Folge vielleicht für alle, die noch beruflich mit dem Auto unterwegs sind oder dann am Samstag auf dem Weg ins Jahnstadion noch kurz sich informieren wollen, was so abgelaufen ist. Und zwar gab es ja vor allem das Fangespräch und da gab es die ein oder andere interessante Geschichte. Im Jahnfansforum hat es der Jahnboy zwar schon ein bisschen zusammengefasst, was da passiert ist, aber vielleicht auch noch als Audio-Variante von mir für euch und natürlich auch eher meine Sicht der Dinge oder wie ich es interpretiert habe, weil manchmal kann man ja auch Aussagen anders interpretieren, als sie jemand anders interpretiert hat. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Zwar war ich auf jeden Fall auch sehr begeistert, wie viel los war. Also es war ja in der 1889-Bar am Kaulbachweg. Der Nebenraum war gut gefüllt. Ich kann nicht schätzen, ich würde jetzt auf 80 schätzen können, aber auch weniger gewesen sein. Vor allem war auch hinten, die Tische waren komplett voll, vorne die Stuhlreihe, die ersten zwei Reihen wie in der Schule nicht so beliebt. Da habe ich mich dann mit dem Fotosash hingehockt und einen auf Streber gemacht und begrüßt wurde es natürlich wieder von Hans Rothammer, der erst mal gebeten hat, dass man organisatorische Fragen stellen soll. Und auch da sind einige zusammengekommen. Also sehr interessant, über was sich auch die Jahn-Fans so Gedanken machen. Und witzigerweise war die erste Frage, und nicht von mir, ich wasche meine Hände in Unschuld, wie es denn mit Dachsolar am Jahn-Stadion aussieht. Und da rennt man ja bei mir auch offene Türen ein. Und ich habe das auch politisch schon öfters mal adressiert und gefragt. Und ja, auch Hans Rothammer und Philipp Hausner teilen so meine Meinung, die Stadt Regensburg ist nicht sehr interessiert daran, irgendwie Solar auf ihre öffentlichen Gebäude drauf zu klatschen. Ein riesengroßes politisches Thema auch in meiner Bubble. Es gibt jetzt eine Solaranlage, ich glaube, auf dem Polizeigebäude. Der Philipp Hausner hat nur davon gesprochen. Es gibt auch auf dem Dach eine, die ist aber nicht größer als eine Haussolaranlage und sieht man auch nicht auf Google Maps. Ich weiß von meinen Quellen, aber die sind schon ein bisschen älter, dass man quasi auf diese Polizeistation auch eine Solaranlage geklatscht hat. Ob das jetzt die gleiche ist, keine Ahnung. Aber ich finde es auch traurig, dass da überhaupt nichts gemacht wird solartechnisch. Man könnte aus meiner Sicht auch Bereiche am Parkplatz mit Solar überdachen. Da, wo keine Bäume sind und solche Geschichten. Ja, das wäre vielleicht auch mal für mich ein politisches Thema. Ich habe mir schon oft überlegt, ob man da nicht einfach eine Petition startet. Aber da sind bei mir jetzt aber trotzdem auch andere größere Baustellen. Auf jeden Fall interessant, dass das die erste Frage war. Und dann gibt es, ich glaube, das gibt es immer wieder mal, die Beschwerde, dass die Aufgänge bei der Hans-Jakob-Tribüne beschissen sind. Vor allem, dass wenn die Leute zu spät zum Spiel kommen, und ich meine, wir haben das ja schon öfter diskutiert, dass in Regensburg eher so die Leute erst mal fünf Minuten vom Anstoß kommen und sich dann noch eine Tageskasse kaufen und wollen dann aber den besten Platz auf der Hans-Jakob. Das ist ein Riesenproblem, weil die Ecken immer leer bleiben, aber dafür die Aufgänge voll sind. Man muss aber dazu auch sagen, und das hat der Herr, der das angesprochen hat, auch ganz gut beschildert oder beschrieben. Man kann halt unten nicht mehr vorbei, wenn man zu spät kommt. Da sind diese Wellenbrecher und die Leute stehen vorm Zaun. Also man hat auch, selbst wenn man wollte, gar keine Chance mehr, sich weiter oben ins Eck zu stellen, wo meistens mehr Platz ist als Mitte in den Gängen. Und dann wurde es noch ergänzt, dass seit einigen Spielen oder schon länger die Securities auch gar nichts mehr machen dagegen, dass die Leute auf der Treppe sind. Und ja, da hat man gesagt, ja, man wird es nochmal besprechen. Man wird dann nochmal mit der Stadt sprechen, ob man diese Wellenbrecher nicht anders bauen kann oder ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, ja, da Platz zu schaffen. Aber ich glaube nicht, dass da großartig was passieren wird. Das sind halt, ja, solche Standardantworten oder Standardmails, die man dann auch bekommt, wenn man irgendwo bei der Telekom Support fragt und sagt, mein Internet geht nicht, dann kommt halt zurück, startet auch den Router neu. Ich glaube, dieses Problem lässt sich nicht großartig lösen. Ebenso wie die Beschallungsanlage habe ich ja dann auch selbst live miterlebt, dass man bei Interviews offensichtlich auf der Hans-Jakob-Tribüne die Leute so schlecht hört. Mir wurde eben auch gesagt, mein Interview damals zum zehnjährigen Turmfunk bestehen hat man so gut wie nicht gehört. Ich hätte natürlich auch lauter sprechen können, weil ein bisschen Sprecherfahrung habe ich ja schon, weil Christian Sauerer versteht man ja auch halbwegs gut, aber der brüllt halt auch rein wie ein Berserker. Und wenn du sonst keine Interviewerfahrung hast und dir keiner sagt, dass es lauter sei, dass du da reinbrüllen musst, machst du es halt nicht, weil du kommst dir halt einfach auch saudumm vor, wenn du da auf dem Platz stehst. Und man muss auch sagen, ich fand es auch anstrengend, weil wenn man nämlich auf dem Platz steht und ein Interview hält, hört man sich halt einfach eineinhalb Sekunden später selber. Und es ist unfassbar schwer, einen geraden Satz rauszubekommen, wenn man sich einfach im Hintergrund gleich in Verzögerung nochmal hört. Also auch etwas, was glaube ich wirklich schwer zu beheben sein wird. Die haben auch gemeint, auch das ist eine Sache der Stadt und die Stadt wird da nichts machen. Ja, so kann man sich auch immer ein bisschen rausreden, weil man kann da natürlich auch den Druck so lange hochhalten, bis die Stadt sich dann bewegt, weil die will ja auch ihre Ruhe haben. Andererseits kann man dieses Problem, glaube ich, auch lösen, indem man den Interviewgästen wirklich oder vielleicht sogar vor dem Spiel nochmal eine Schulung gibt, wie man in dieses Mikrofon reinbrüllt oder vielleicht auch sogar nochmal einen Testdurchlauf macht und nicht die Leute in der Halbzeit ins kalte Wasser wirft. Vielleicht ist es ja auch noch was, was ich nochmal anbringen kann als Feedback. Dann ging es ums Nachwuchsleistungszentrum. Da gab es ja diesen Bericht aus der Mittelbayerischen, die auch ein bisschen, naja, zu weiteren Anschlussfragen geführt hat und vor allem auch, warum dauert es so lange, bis der Spatenstich ist und dann gab es halt ein bisschen Einblicke. Man hat ungefähr vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, diesen Erbpachtvertrag abgeschlossen. Hans Ruthermer hat gemeint, der hat eigentlich gehofft, dass man quasi bis Ende des Jahres schon irgendwie Sicherheit hat mit Bebauungsplänen, aber das war zu naiv gedacht. Es müssen noch sehr viele Tests und dann erst der Antrag eingereicht werden, eben um den Bebauungsplan zu ändern und dann hängt es halt ganz klar an der Gemeinde Babing und ich glaube, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, sollte Babing quasi trotzdem sagen, sie lehne den B-Plan ab, könnte man noch übers Landratsamt gehen. Also ein sehr, ja, bürokratischer Akt. Alle, die irgendwo mal ein Haus gebaut haben in einem Gebiet, wo es einen B-Plan aus den 1970ern gibt, die werden vermutlich wissen, dass es nicht so einfach ist. Was gelobt wurde, auch aus dem Feld, ist, dass eben dieses Grundstück jetzt dann doch nochmal an den Bauer verpachtet wird und nicht einfach dumm rumliegt, hat ja auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun, nicht nur finanziell, sondern dass, ich weiß nicht, wie viele Hektar es sind, passen vier Fußballplätze drauf auf jeden Fall, dass da auch nochmal was angebaut wird und nicht, ja, die Fläche einfach versiegt. Ja, man darf gespannt sein, wie lange es dauert, bis da das Zeug durch ist, aber vermutlich wird es noch ein, zwei, drei Fangespräche dauern, bis dann überhaupt mal der Plan steht, wann Spatenstich oder irgendwas passiert. Und warum der, also warum es in Barbing ist, gab es auch nochmal Diskussionen, ist ja auch in den Foren oder im Discord öfters mal Thema, immer, dass die Leute nicht ganz zufrieden mit dem Standort sind, weil er ein Ticken zu weit aus der Stadt raus ist, schlechte Busanbindung, was sich ja auch beheben lassen würde, nur nebenbei angemerkt. Und viele hätten es halt gerne in der Stadt gehabt, aber da hat Hans-Ruthammer eine konkrete Zahl genannt und hat gesagt, allein der, also die Flächen, die angeboten worden sind, waren eh schon nicht ideal, aber allein schon der Erbpachtzins wäre das fünffache höher, als was sie jetzt in Barbing zahlen. Und dann kann man es natürlich auch wirtschaftlich verstehen, warum man diese Fläche genommen hat und nicht auf Biegen und Brechen irgendwas in der Stadt wollte. Zumal man ja aus Stadtsicht sagen sollte, ist es wirklich so wichtig, dass ein NLZ, eines Fußballvereins, so eine riesen Fläche wegnimmt, oder sollte man nicht doch lieber Wohnraum und Lebensraum schaffen mit Spielplätzen und solche Geschichten. Deswegen bin ich da eigentlich politisch auch eher auf der Seite an den Stadtrand bauen, ob man da vielleicht eine bessere Position, die auch besser ÖPNV-mäßig angebunden ist, finden hätte können, sei mal dahingestellt. Aber so einfach ist es, glaube ich, auch nicht, Erbpachtflächen zu bekommen, weil viele wollen es halt einfach dann lieber verkaufen, weil Erbpacht ja jetzt nicht das lukrativste Geschäftsmodell für jemanden ist, der ein Flächenbesitzer ist. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg, zum Thema gute Vorsätze im neuen Jahr. Wer sie noch nicht ganz verloren hat und sie auch sportlich sind, der ist im Rebest Fitness Club natürlich bestens aufgehoben. Wir hatten da auch ein Gewinnspiel zur Weihnachtsfolge. Ich hoffe, ihr habt es auch mitbekommen in Instagram. Es gab auch einige Teilnahmen. Und da habe ich heute schon die Rückmeldung bekommen, dass derjenige, der die zwei Tickets gewonnen hat, sie heute im Rebest Fitness Club abgeholt hat. Das hat also reibungslos geklappt. Freut mich auch, dass sowas so gut ankommt bei euch. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, wer nicht glücklich war und diese 10er Karte gewonnen hat, der kann da auf jeden Fall trotzdem mal zum Probetraining vorbeigehen. Einfach per WhatsApp Kontaktformular oder Telefon beim Rebest Fitness Club anrufen. Alles dazu in unseren Shownotes und mal ein Probetraining vereinbaren. Und wenn ihr dann Bock habt, einen Vertrag abzuschließen, dann erwähnt einfach den Podcast und bekommt dann auch noch Geschenke obendrauf. Eben zwei Sitzplatztickets oder ein Wunschvlog und ein Trikot. Euer Wahl. Also die Kooperation mit dem Rebest Fitness Club lohnt sich nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und jetzt geht es wieder weiter. Dann gab es noch eine kurze Kritik, dass in der zweiten Mannschaft kein Stadionsprecher mehr gibt. Wusste ich auch nicht. Das hat der Hannes gemeint, werden sie jetzt dann in der Rückrunde angehen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch wieder ein Ehrenamt sein wird. Also wenn sich irgendjemand, der hier zuhört, berufen fühlt, kann sich da gerne bestimmt auch beim Jan melden. Und ja, Stadionsprecher in der zweiten Mannschaft zu machen, ist auf jeden Fall witzig. Man kann da auch, wenn man Ambitionen hat, sicherlich auch die Playlist beeinflussen und vielleicht schon mal erste Erfahrungen sammeln, wenn man wirklich irgendwie in diesen Bereich reinrutschen möchte. oder Erfahrungen sammeln möchte für seinen Heimatverein. In Heimturnieren finde ich zum Beispiel auch, gibt es immer einen riesengroßen Unterschied, ob der Stadionsprecher gut ist oder schlecht. Dann habe ich noch eine fiese Frage an Hans Rothammer gestellt, und zwar bezüglich der Verlängerung eines sehr wichtigen Sponsors. Und da hat er sich dann verblabbert, dass der ja über 2024 hinweg einen Vertrag hat, hat er aber nicht. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es wurde gebeten, dass es quasi bis morgen nicht großartig an die Glocke gehängt wird. Also morgen Freitag gibt es auch einen Livestream zum Neujahrsempfang beim Jan. Da wird es dann offiziell verkündet und ich kann nur sagen, ich finde es sehr wichtig und ich hoffe, ja, das gibt auch Planungssicherheit. Ich bin gespannt, wie lange derjenige verlängert hat und hoffe auf länger als auf ein Jahr, auch ligaunabhängig. Wie gesagt, morgen Livestream Freitag vom Neujahrsempfang beim Jan. Dann war es vorbei. Keiner hatte mehr Fragen zum Thema organisatorisches Stadionumfeld, Infrastruktur, sondern jetzt ging es dann endlich mal um sportliche. Die erste Frage natürlich über den neuen Stürmer. Wie heißt er denn? Mustafa weiß ich auf jeden Fall. Genau, Waldrin Mustafa. Und zwar, der Spitzname ist ja schon bekannt. Waldi. Jetzt nicht der beste, finde ich, für einen erwachsenen Mann, aber mein Gott. Es gab überraschenderweise keine Ablöse. Dann habe ich noch gefragt, ja, wie schaut es mit den Vertragsdetails aus? Wie lange ist der bei uns? Dann, weil es ja nicht veröffentlicht wurde, dann hat für meine Begriffe Bayerloid ein bisschen harsch zurückgemeint, ja, es gibt ja auch einen Grund, warum wir es nicht gemacht haben, so ungefähr. Ja, also man weiß es nicht, keine Vertragsdetails. Der Youngboy hat das jetzt so interpretiert in seiner Zusammenfassung, dass zukünftig überhaupt keine Vertragsdetails mehr gegeben werden. Ich hätte es jetzt nicht so interpretiert, sondern nur für diesen einen Spieler. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt zukünftig gehandhabt wird. kann mir vorstellen, dass es dort halt einen recht komplizierten Vertrag geben wird, wenn es keine Ablöse gibt und es von einem direkten Konkurrenten kommt, dass wir ziemlich sicher irgendeine Verlängerungsoption haben, wo dann aber dann vielleicht eine Ablöse greift oder ja, oder Prämien nach Einsätzen ausgezahlt wird und vielleicht will man deswegen nichts sagen, aber ich gehe mal davon aus und das hat er dann auch so kommuniziert, der Achim, dass der Vertrag sehr vorteilhaft für uns ist. Das hat er auch bei Talik dann nochmal gemeint, also dazu später mehr. Gab ein bisschen Kritik, warum wir quasi einen Stürmer holen, der beim Liga-Konkurrenten, der unter uns ist, nur auf dem Abstellgleis steht. Da hat er dann auch gemeint, ja, das ist ja unser Weg. Stürmer, die den zweiten Bildungsweg bestreiten sozusagen und man ist sehr von ihm überzeugt und dass er auch wieder zur alten Stärke zurückkommt und deswegen hat man die Kritik nicht gelten lassen, dass es quasi ja, nur ein Verlegenheitstransfer ist, sondern man geht schon davon aus, dass er was auf dem Kasten hat und dass er uns relativ zügig weiterhelfen kann. Er ist dann auch darauf eingegangen, dass vor allem die Regionalliga Südwest-Saison ihn sehr beeindruckt hat. Bayer Lorz hat es ein bisschen euphemistisch ausgedrückt und hat gemeint, der hat quasi Elversberg alleine in die dritte Liga geschossen. Kann man so sehen, muss man nicht, aber 14 Tore, 4 Assists in 29 Spielen ist schon eine Hausnummer. In der dritten Liga tat er sich dann ein bisschen schwieriger, schwerer, wenn man sich das anschaut, hat aber immerhin trotzdem 5 Tore in 29 Spielen, obwohl er fast nie durchgespielt hat und dann bei Viktoria Kollen natürlich nicht an die Leistung angeknüpft, die er sich wünschen würde. Wenn man aber auf Transfermarkt guckt, ist er auch sehr lange wegen Rippenbrellung ausgefallen und ja, vielleicht passt ja auch das Spielsystem nicht und Bayer Lorz hat auch nochmal gesagt, hey, Garaus hat davor auch keiner von euch gekannt und jetzt will ihn auch niemand missen. Also jeden von uns, glaube ich, war es klar, dass wir keinen bekommen, der schon mit 30 Toren in der dritten Liga aufwartet. Es ist eh, glaube ich, sehr erstaunlich, dass wir unter der Saison noch jemanden bekommen, der halbwegs geradeaus laufen kann. Wintertransfers sind ja immer Hanebüchen und Achim hat natürlich auch gesagt, Leute, wisst ihr, wie schwer es ist, einen Stürmer zu bekommen. Im Laufe der Geschichte wurde dann auch nochmal gefragt, wie quasi so ein Transfer zustande kommt. War ja auch eine Frage im Discord, gut, dass ich sie nicht selber stellen musste und da hat er ein bisschen gelacht und hat gemeint, ja, nee, uns wurde kein einziger Stürmer angeboten, das mussten sie alle schon selber erscouten und da war er ja eben einer auf der Liste, den sie sich vorstellen hätten können, wo sie auch die realistische Option gesehen haben, dass man den im Winter bekommt und den haben sie dann bekommen. Es gab auch noch die Idee, einen 18-jährigen Wolfsburger zu holen, einen Stürmer beziehungsweise einen 18-jährigen Stürmer zu holen, den jetzt Wolfsburg geholt hat in der Winterpause. Die leihen den nicht mal mehr aus, sondern die verplanen ihn selber und ja, da sieht man mal, wie die Einschätzung auseinander gehen kann, dass wir als Jan eben anfragen für jemanden, der dann bei Wolfsburg wahrscheinlich sogar im Kader steht und das hat man glaube ich auch, Christian Keller hat es mal erzählt, dass wir an Erling Haaland dran waren, weil wir halt naiverweise gedacht haben, wer braucht Spielzeit, warum nicht bei uns ein halbes Jahr oder ein Jahr ausleihen, das Potenzial haben wir erkannt, aber dann rufst halt den Berater an und der wird wahrscheinlich das Lachen verschlucken müssen, weil er halt dann schon Anfragen von viel viel größeren Vereinen drauf hat, aber das kannst du ja immer nicht wissen, wenn du anfragst und deswegen ist ja auch eine Kunst irgendwie jemanden zu finden, den andere eben nicht am Schirm haben oder der eben in eine Schublade gesteppt wird, weil er jetzt mal ein halbes Jahr lang vielleicht auch Probleme hat, die er bei uns nicht hat, weil das Umfeld besser ist, weil die Visos besser sind oder weil man hier einfach nicht von der Presse zerredet wird, sondern nur vom Podcast, den keiner hört. Also man weiß es nicht und ich meine, wir haben ja oft genug Glück gehabt bei solchen Transfers und man muss Bayer Lorz da jetzt auch mal eine Zeit lang vertrauen, wenn er jetzt irgendwann mal eine Zeit lang 10 oder 20 am Stück holt, die alle crap sind, dann kann man seine Meinung ja wieder korrigieren, aber ich sehe den Sinn dahinter schon auch und mir war klar, dass wir keinen Bombenstürmer holen, das ist halt einfach nicht der Weg des SSV Jan Regensburgs und das ist dann auch in Ordnung so. Dann überspringe ich jetzt nochmal die Chronologie und erzähle was über Tallig, das wurde dann später angesprochen, da gibt es auf jeden Fall eine Option auf Verlängerung, hat er gesagt und da hat sich auch Joe Enox eingeschalten und der hat eine Liebeserklärung an ihn so ein bisschen abgegeben, er kennt ihn schon aus Chemnitz, wollte ihn eigentlich schon im Sommer zum Jan lotsen, aber da war er noch verletzt und da hat 60 eben auch noch geglaubt, dass sie ihn brauchen könnten, also war schwierig, dann hat er eben bei uns im Training ihn absolut beeindruckt und deswegen ist er sehr, sehr froh, dass Tallig sich uns angeschlossen hat und dass es jetzt dann doch geklappt hat, natürlich bekommt man so einen Menschen auch nur oder so einen Spieler auch nur, weil er verletzt war, sonst wäre es halt schwierig gewesen, ihn zu uns zu lotsen. Mal schauen, ob es jetzt die erhoffte Explosion ist, da gab es eine halbkritische Nachfrage, ja warum denn nur ein Vertrag bis zum Ende dieser Halbserie, wenn man doch so von ihn überzeugt ist, warum verstartet man ihn nicht gleich mit einem größeren Vertrag aus und da war Bayer Lorz erstmal ein bisschen überrascht über diese Frage, weil es natürlich naheliegend ist, wir wollen so wenig Risiko wie möglich eingehen und wenn der Spieler überzeugt, dann ziehen wir halt die Option auf Verlängerung. Also man darf gespannt sein, ob diese Vorschuss Lorbeeren gerecht wird, auf jeden Fall eine interessante Ergänzung im Kader, auf einem Kaderplatz, der ja leider Vega Agi verkannt ist, deswegen war es auch wichtig, diese zwei Spieler, glaube ich, zu holen, auch Bayer Lorz hat gemeint, ja, vor zwei Monaten hätte er immer gesagt, nee, ich hole keinen mehr, aber jetzt wurde es halt dann leider notwendig und er hätte sich natürlich das auch einfach auch gerne gespart, sonst wäre es nicht gekommen. Gab es noch die Frage, ob jetzt noch ein weiterer Transfer kommt, und dann gab es so Standard Aussage, wir sondieren immer den Markt, aber da kann man davon ausgehen, dass, wenn kein Wunder passiert, zu Recht keiner mehr kommt. Ich finde, wir sind jetzt in der Breite auch mittlerweile wieder gut besetzt, vielleicht, wenn man irgendwo noch einen Linksverteidiger hätte bekommen können, hätte man den vielleicht nehmen können, aber selbst dann, ich muss sagen, wir werden eh nur aufsteigen, wenn Salah und Faber sich nicht langfristig verletzen, Hot Take, deswegen ist es dann auch schon wurscht, ob wir da jemand auf der Ersatzbank haben oder nicht. Noch einige Personalien eben, Bräunig, wurde natürlich gefragt, wann wird endlich die Kaufoption gezogen und dann wurde es ein bisschen komisch, finde ich, also dann wurde es ein bisschen wir, weil zuerst hat Bayer Loetzer gesagt, so habe es ich dann verstanden, dass wenn wir die Kaufoption ziehen, hat er quasi noch so einen Standardvertrag, ich gehe mal davon aus, so ein Jahr, aber der Verein möchte sich quasi gerne einen Anschlussvertrag, also die Kaufoption ziehen und mit Bräuning noch mal einen eigenen Vertrag aushandeln, so habe ich es erst verstanden und dann wurde aber nochmal nachgefragt und jetzt, dann hat es sich so angehört, dass quasi wir zwar immer die Kaufoption ziehen müssen, aber wenn wir mit dem Spieler keinen Vertrag zusammenbekommen, dann haben wir auch irgendwie Pech. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, wie es sein kann, hätte ich vielleicht nochmal nachfragen können, war aber dann auch erstmal perplex, auf jeden Fall hängt es offensichtlich noch irgendwie am Bräunig und da ist es ja auch klar, der will das Beste rausholen, das Maximale, jetzt wo er so auf sich aufmerksam gemacht hat, aber an uns kräht erstmal kein Weg vorbei, weil wir haben in dem Sinne das Vorkaufsrecht, aber man kann natürlich Bräunig anscheinend nicht zwingen, bei uns zu bleiben, aber ich denke schon, dass es uns da, also, dass es ein Vorteil ist für uns, ob wir die jetzt bekommen oder nicht, wird spannend sein und wird auch ein bisschen am Verhandlungsgeschick von Bayer Lorza hängen, man wird schauen und es wird es nicht einfacher, weil es ist auch in Aussicht gestellt worden, dass er in die U20-Nationalmannschaft drückt, dann ist er natürlich krass im Fokus und das wird er auch selber wissen, deswegen weiß ich nicht, ob davor schon realistisch ist, dass der weiße Rauch über ein Jahnstadion aufsteigt. Wir würden es uns alle hoffen, genauso wie bei Conny Faber, da wurde natürlich auch gesagt, der muss jetzt unbedingt mal verlängern und wurde gewitzelt, ich nehme schon jedes Mal ein Edding mit zum Training und Bayer Lorz hat gesagt, ja, er ja auch, aber ich glaube, wir haben es in der Weihnachtsfolge sehr ausführlich besprochen, ich sehe es immer noch nicht, dass da die Verlängerung kommt, aber hoffen und beten und Conny Faber ist vielleicht auch jemand, dem Treue wichtiger ist als Geld, aber ab einem gewissen Betrag wird vielleicht auch jeder schwach und bei Fußballern kann man es ja nochmal mehr verstehen als bei solchen Hamperern wie mir. Ja, dann was hat man noch? Feed, genau, Feed hat anscheinend auch eine Vertragsverlängerungsklausel um ein Jahr, weil der einzige, der 2024 ausläuft, Faber ist, so war der Tenor, also gehe ich davon aus, dass alle anderen im Worst Case auch bräunig noch irgendwie ein Jahr bleiben müssen, das würde ich jetzt mal so behaupten, aber man kann sie, sollte und kann sie natürlich alle nicht zwingen, bei Feed verlängert sich es anscheinend irgendwie automatisch, aber man möchte vor allem auch aus Respekt nochmal auf ihn zugehen und ihn einen längerfristigen Vertrag anbieten, weil das ja auch was mit Wertschätzung zu tun hat, dass man nicht nur auf diese Vertragsverlängerung baut, dann wird man schauen, wie Feed dazu steht. ja, das war's jetzt glaube ich von Transfermarkt über den Winter, dann ging's noch um so allgemeine Sachen, zum Beispiel, wie es jetzt ausschauen würde, wenn wir wieder in die zweite Liga aufsteigen, ob wir dann eine Frauenmannschaft gründen müssen, da hat sich Philipp Hausner wieder eingeschalten und hat gemeint, nee, die Satzung sieht nur vor, dass man entweder ein eigenes Frauenteam gründet oder ein Frauenteam unterstützt und da gab's wohl schon letzte Saison sehr gute Gespräche mit dem SC Regensburg und sollte es so weit kommen, wird das ziemlich sicher der erste Anspruchspartner sein für eine Frauenfußballmannschaft oder eine Kooperation mit einer Frauenfußballmannschaft. Finde ich persönlich auch, glaube ich, besser, ich glaube, wir haben es nicht im Kreuz, eine professionelle Frauenfußballmannschaft hinzubekommen, die dann auch noch um irgendwie irgendwas mitspielt. Das kann man vielleicht mal dann anbringen, wenn dieses NLZ steht und man auch strukturell noch breiter aufgestellt ist oder wenn irgendjemand kommt wie bei die Futsala und sagt, ich hab da voll Bock drauf, ich glieder mich in den Verein mit ein und zieh da was Geiles auf, dann wäre ich natürlich auch voll euphorisch mit dabei, aber so ist es, glaube ich, besser, die Ressourcen in Regensburg bei jemandem zu lassen, der schon gezeigt hat, dass er Frauenfußball kann. Also, finde ich ein ganz guter Weg und ich denke, wir sind da gut beraten, das so zu lassen. Philipp Hausner kennt sich da natürlich auch aus, was das Beste ist. Da vertraue ich ihm da voll und ganz. Apropos Philipp Hausner gab dann zwischenzeitlich noch die Diskussion, ob wir quasi für diesen DFL-Investoren-Deal sind oder nicht und da hat er dann ganz klar gesagt, der ist immer Pro-Fan und wir hätten natürlich auch dagegen gestimmt, aber wir wurden ja dann nicht mehr gefragt, im ersten Durchgang haben wir ja dagegen gestimmt, aber sind ja dann aus der zweiten Liga geflogen, haben kein Stimmrecht mehr in der DFL. ich glaube, wir haben es in der Weihnachtsfolge angesprochen oder davor, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich ist der Jan schuld, dass dieser Investoren-Deal über die Bühne geht, weil es gab ja genau eine Stimme Unterschied und das waren wir. Also wenn wir drin gewesen wären und Elversberg nicht zum Beispiel, wäre es ziemlich sicher so gewesen, dass wir dieses Zünglein an der Waage gewesen wären. Schade, der Abstieg hat quasi auch dazu geführt, dass Fußball-Deutschland jetzt kapitalistischer wird, hätten die Leute mal lieber gehofft, dass der Jan drin bleibt. Dann wurde noch darüber gesprochen, ob man mit dem Zuschaueraufkommen zufrieden ist, also mit den Zuschauerzahlen im Jan-Stadion. Ich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wir liegen dann mit 3000 Punkten vorne und wenn ich mir jetzt die Auslastung gegen Fährl oder den Vorverkauf jetzt gegen Fährl am Samstag anschaue, obwohl natürlich Abendkasse bei uns oder Tageskasse bei uns auch immer sehr relevant ist, dann habe ich schon wieder Sorge, dass da unter 10.000 Leute drin sind und ich finde, ein 10.000er Schnitt jetzt ab sofort, Rückrunde, wäre schon angebracht. Philipp Hausen hat so recht gemeint, es kommen die richtigen Kracher, kommen meine alle noch. Also man geht davon aus, dass der Schnitt sich noch erhöht, aber man ist jetzt schon über dem Plandurchschnitt, den er quasi kalkuliert hat, um seinen Haushalt hinzubekommen, seinen Finanzhaushalt. Also bleibt da auch ein bisschen was übrig dann hoffentlich nächste Saison, um es in den Kader, Infrastruktur oder sonst was zu stecken. Deswegen kommt trotzdem auch am Samstag ins Stadion und erhöht den Schnitt. Joannox war ein bisschen zu wenig eingebunden, finde ich. Ich habe da noch eine Frage gestellt, ob er es jetzt geschafft hat, noch ein weiteres Spielsystem zu etablieren. Und da ist er ein bisschen ausgeholt. Ich glaube, er war auch ganz froh, dass überhaupt jemand eine Frage in der Richtung stellt. Andererseits war er dann am Ende ein bisschen peinlich berührt, empfand ich es, dass die Quintessenz war. Ne, haben wir nicht. Aber auf dem Weg dahin hat er noch ein paar Argumente gebracht, und zwar, dass sie eben ganz gut mitgehalten haben gegen Braunschweig und das immerhin ein Zweitligist war. Und auch da hat man das Spielsystem und auch beim Test gegen Gunther Haching hat man mal auf ein 4-2-3-1 umgeschaltet. Also man hat schon mehr als eins, wollte er wahrscheinlich damit sagen. Aber ein weiteres hat er jetzt nicht etablieren können. Dafür war die Zeit dann doch zu kurz. Aber er hat auch gemeint, dass er das jetzt nicht unbedingt als notwendig sieht, weil die Automatismen in den anderen Spielsystemen ja ganz gut greifen und sie von der Spielerbasis her flexibel genug sind, Spielsystem hin und her auch dort Unruhe zu schaffen. Sehe ich grundsätzlich auch so. Ich wollte halt einfach nur auch noch ein bisschen was Pseudokritisches reinbringen in die Diskussion. Ein anderer hat gefragt, wie es jetzt mit den Platzverhältnissen aussieht, weil das war ja der Tag vor dem Eisregen. Da hat der Joe gesagt, dass er sehr, sehr froh ist über die Infrastruktur beim Jan vor allem auch, dass er so einen guten Draht mit unserem Platzwarten Peter hat und das fand ich eigentlich ganz süß auch, dass die so gut harmoniert haben. Der Peter saß ganz, ganz hinten im Eck und der Joe Endo ist eben ganz vorne im Eck und dann haben sie über diese ganzen Publikum kurz hingewechselt und haben gemeint, ja, dann sehen wir uns morgen früh um neun und damit wir quasi entscheiden können, wie wir den Platz bespielbar machen und dann hat der Peter zurückgeschrien, ja, wenn ich in die Arbeit komme und ich finde, das zeigt dann auch schon, wenn man so mit seinem Team reden kann, dass das da einfach überall harmoniert, weil sonst wäre das einfach nicht, ja, sonst würde er sich das auch nicht trauen, so einen Spruch davor zu hauen, obwohl natürlich jeder, der den Peter kennt, auch weiß, dass der sich da nichts scheißt, aber trotzdem, ja, ich finde die Stimmung mittlerweile hervorragend und man hat es auch gemerkt im Raum und das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, daran kann man es auch festmachen. Kurz wurde auch die Thematik Mehrsaat und Hansa Rostock angesprochen, der Hans hat, finde ich, glaubhaft drüber gebracht, dass er sich sehr freut und dass wir da nicht im Bösen auseinandergegangen sind, zumindest so wenig Böse, wie es möglich war, wir kennen ja alle die Geschichte, aber dass er sich bitte nicht auf ein Relegationsduell freut, weil das macht sein Herz nicht mehr mit. Ich befürchte aber, wenn ich schwarz sehe, dass wenn wir irgendwie aufsteigen, dass es doch wieder über diese Relegation geht, obwohl ich das auch nervlich nicht mitmache. Mal schauen, der zweite Hot Take diesen Tag. Sonst, glaube ich, habe ich nichts großartig vergessen, vielleicht sind noch ein paar Kleinigkeiten angesprochen worden, die aber nicht weltbewegen sind. Was ich noch empfehlen möchte, wenn man voll Bock hat, noch weiter Podcasts zu hören, die Kollegen von Weizensucht hatten unseren Physiotherapeuten Tobias Rutzinger im Gespräch und die erste halbe Stunde ist vor allem jahrenmäßig sehr, sehr interessant. Da gab es ein paar Details, die mir auch noch nicht bekannt waren oder die ich überlesen habe, die ich dabei im Nachhinein echt interessant fand. Zum Beispiel dass ja keiner von denen eine Wohnung bei uns hatte und dann waren sie alle im Hotel untergebracht. Ich gehe mal davon aus, im Bestwestern. Und das ist dann quasi wie so ein kleines Feriencamp war und dass das auch ein Beitrag dazu war, dass die so schnell so eine verschworene Truppe wurden. Vielleicht sollte man sich das auch in jedem Profibereich mal überlegen, anstatt in den Trainingslager die Leute quasi in ein Hotel zu sperren, während der ersten zwei Trainingswochen oder so oder zusätzlich zum Trainingslager. Auf jeden Fall ein interessanter Einblick und er hat noch ein paar andere interessante Einblicke, wie stressig es jetzt war in der dritten Liga im Gegensatz zur zweiten Liga und die letzten 30 Minuten kann man sich dann nur als Sporternährungs-Nerd anhören. Da geht es dann sehr um Supplemente und Kohlenhydratspeicher. Aber ich verlinke ihn in den Shownotes, kann man sich anhören, war ein interessantes Gespräch. Vielleicht lade ich ihn auch mal ein, aber er hat da ja schon alles gesagt, deswegen kannibalisieren wir uns nicht selber mit den Podcasts. So, dann hoffe ich, ich habe euch so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, leider gibt es keine Gegner-Vorschau, ich habe bloß gesehen, Fairl hat immense Personalprobleme und das spielt uns aber leider nicht immer in die Karten, deswegen hoffe ich trotzdem, dass wir gut durch diese englische Woche kommen, das sind immerhin über 10%, ich glaube 15% quasi der Rückrunde, ist schon übel, also in einer Woche wissen wir mehr und dann hören wir uns auch wieder, beziehungsweise in eineinhalb Wochen wissen wir mehr und dann hören wir uns auch hier wieder, danke für eure Treue auch in dem Sinne nochmal, danke an eure Spenden auch über Weihnachten, danke für das positive Feedback zur Weihnachtsfolge ihr seid der Wahnsinn und auf ein weiteres 1889 FM Jahr Cheer we do.